Die Esser richtig einstellen, darum soll es in diesem Video gehen. Ich bin Philipp von abmischenlernen.de und wenn du dich bisher gefragt hast, wie du S-Laute bei Vocals perfekt entschärfen kannst beziehungsweise du nicht ganz genau weißt, was du bei einem Die Esser tun sollst, dann bleib auf jeden Fall dran, denn das werde ich dir in diesem Video erklären und des Weiteren auch, welchen Die Esser ich am liebsten nutze und welche Funktion der hat und warum ich diesen dann dementsprechend auch nutze. Also gerade bei aktuellen Produktionen ist es natürlich so, dass die S-Laute sehr, sehr stark im Vordergrund stehen und auch gerade durch die Reduktion der unteren Mitten, gerade der Höhenbereich extrem präsent ist. Das führt häufig dazu, dass die S-Laute überspitzt sind, aber du brauchst diese Überbetonung häufig, um bei dem modernen Sound mithalten zu können. Also was tut man jetzt? Man geht hin und nutzt einen Die Esser und das werden wir jetzt auch an der Stelle einmal tun. Ich öffne jetzt einfach mal den ganz normalen Standard Die Esser von Logic Pro X, also jetzt gar nichts Besonderes und ich zeige euch jetzt erstmal, ich deaktiviere den Die Esser hier nochmal, aber ich zeige euch jetzt erstmal das Material, was ich mitgebracht habe für das Tutorial und ihr werdet hier hören, dass die S-Laute doch so ein bisschen rausploppen, ein bisschen zu stark zu präsent sind und das werden wir gleich mit einem Die Esser entschärfen. Aber wie gesagt, wir hören jetzt erstmal rein. Genau, also bei Attention und Easy, da hört man das relativ stark, dass die S-Laute nach vorne kommen, weil hier die Stürme auch extrem nach vorne gepusht ist. Wenn ihr wissen wollt, wie man das am besten macht, mit welchen Plugins, wie man die einstellt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, kann ich da auch nochmal gerne erklären, was da so eine Vocal Chain sein könnte. Aber in diesem Video soll es jetzt darum gehen, wie wir sozusagen den letzten Schliff machen, die letzten Politur und die S-Laute ein wenig entschärfen. Deswegen möchte ich euch erstmal allgemein erklären, was so ein Die Esser überhaupt beinhaltet und wie man da drauf reagieren kann, was die Parameter sind, wie man diesen einstellt. Der Hauptpunkt ist eigentlich der Fresh Hold. Den hast du in jedem Die Esser, egal wie der aussieht. Ich habe hier auch nochmal den Die Esser von Waves zum Beispiel. Der hat nämlich auch in dem Sinne nur diesen Fresh Hold. Der hat gar nicht diese Max Reduction zum Beispiel an der Stelle. Aber ist auch nicht schlimm. Aber den habt ihr halt immer drin. Dann habt ihr Frequency. Ja, das ist dann die Frequenz, wo die S-Laute vermutlich am stärksten sind. Da könnt ihr natürlich auch erstmal einfach Presets nutzen und gucken, wird es entschärft? Oder ihr geht mit den Frequenzen einfach durch und guckt, ah okay, hier wird es ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, was die S-Laute angeht. Die Max Reduction sagt eigentlich jetzt hier bei diesem speziellen Plugin nur aus, wie stark die S-Laute maximal reduziert werden. Ihr solltet immer drauf achten, das ist auch einer der größten Fehler, wenn man die S hat zu stark einsetzt, dann kann aus einem S schnell ein F werden. Oder allgemein verliert der ganze Sound einfach an Präsenz. Deswegen, da muss man drauf aufpassen. Und hier schon mal als erster Hinweis, es kommt natürlich immer aufs Material drauf an, was ihr da bearbeitet. In der Regel ist aber ein guter Wert etwas zwischen 2 und 4 dB. Wenn euer Mix natürlich nicht gut ist und einfach schon viel zu viele Höhen drin sind, keine Balance, dann kann es natürlich auch höher immer noch gut klingen. Aber ihr solltet auf jeden Fall aufpassen. Und auch wichtig, den gesamten Song einmal darauf prüfen, ob die S-Laute immer noch S-Laute sind oder F-Laute oder allgemein, die Spur einfach etwas dumpfer klingt. Wenn das der Fall ist, dann reduziert ihr auf jeden Fall den Threshold zurück. Also, wir hören uns das Ganze jetzt aber mal an. Das ist erst mal so das Allgemeine. Und ihr seht, ich habe es jetzt extrem eingestellt. Und da kommt genau nämlich das Problem, dass es zu dumpf klingt. Ich meine, die Einstellung würde jetzt wahrscheinlich niemand vornehmen. Aber einfach, damit man mal hört, was dann passiert. So, jetzt gehen wir aber mal richtig ran. Drehen das sozusagen auf Max 4 dB, weil der Mix ansonsten eigentlich eine gute Balance hat in den Vocals. Bedeutet, maximal gehen wir auf Minus 4 dB, dass das abgesenkt ist. Übrigens, wichtig ist hier auch nochmal, oder was heißt wichtig? Aber das nochmal zur Erklärung. Range, Split und Wide. Bedeutet, Split wäre in dem Fall wirklich, dann agiert er wie ein Multiband-Kompressor an der Stelle, nämlich nur in diesem Frequenzbereich. Dieser wird abgesenkt. Und Wide wäre, dann wird das komplette Audio-Material abgesenkt. Deswegen, also hier bei der einzelnen Vogelspur können wir zum Beispiel Wide einstellen, dass das komplette Signal abgesenkt wird. Und Split ergibt dann Sinn, wenn du jetzt das beim Mastering zum Beispiel machst und nur dieser Bereich ein bisschen gedämpft werden soll. Und die anderen Bereiche sollen immer noch genau die gleiche Lautstärke behalten, weil die einfach eine gute Balance haben. Das ist so das, was wir machen können. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier einfach mal auf Wide, damit wir das gesamte Material absenken, weil wir jetzt auch nur diese eine Spur sozusagen bearbeiten. Und hier hört man jetzt so ein bisschen die Qualität dieses T-Sers, der nicht, naja, sagen wir mal nicht perfekt ist. Er tut seinen Zweck, aber man merkt, es gibt so leichte Probleme mit den Frequenzen, die klingen irgendwie so ein bisschen zu flach. Hier würde ich an der Stelle jetzt auf jeden Fall die Reduction nochmal hochdrehen. Dann wird es ein bisschen natürlicher klingen. Also er tut seinen Zweck, ja. Diese extremen S-Laute, die so rausploppen, sind jetzt besser. Ich würde ihn trotzdem nicht zwingend empfehlen. Man kann natürlich jetzt hier auch nochmal so ein bisschen die Frequenz einstellen, aber dafür zeige ich euch jetzt mal das Plugin, was ich am liebsten nutze. Aber für mich, wie gesagt, hier müsste man auch nochmal ein bisschen die Frequenz optimieren, aber für mich ist der häufig nicht ausreichend, weil die Frequenzen, wenn die jetzt ein bisschen, ja, ein gewisses breiteres Spektrum haben, dann wird an manchen Stellen der D-Sser nicht greifen. Deshalb habe ich dann häufig da mehrere D-Sser einfach auch drin genutzt, wo ich den damals von Waves hatte. Klingt auf jeden Fall besser als der von Logic. Deswegen, wenn der mal im Angebot ist, kann man den definitiv mitnehmen. Aber mein Favorit ist der Pro-DS von FabFilter. Und ihr seht auch schon, hier gibt es ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, aber ihr seht auch hier Threshold. Und hier heißt es Range, beziehungsweise nicht Range, ist nicht das Gleiche wie Maximal Reduction, aber da könnt ihr das sozusagen auch nochmal regeln. Aber was hier besonders schön ist, hier unten seht ihr, wo die Frequenzen extrem ausschlagen. Und ihr seht, es ist hier so genau in diesem Bereich zwischen 7 und 10 Kilohertz. Und das Schöne ist, ihr könnt jetzt auch nur das hören, was über dem Threshold liegt. Also wirklich nur die S-Laute. Könnt ihr einfach kontrollieren im Solo-Modus. Klingt auch am natürlichsten. Deshalb nutze ich den einfach. Man hat nochmal so diese Visualisierung, wo das ist. Man hat diese Funktion, Audition ist, dass ihr jetzt den kompletten Bereich euch anhören könnt. Ist nochmal breiter als nur das, was man über den Threshold hört. Wenn euch die Reduktion nicht ausreichen sollte, dann könnt ihr mit der Range das noch verstärken. Oder wenn euch das so doll ist, auch nochmal reduzieren, wie stark der D-Esser das Ganze nach unten drücken soll. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit White Bart Split Band. Und hier könnt ihr auch auf Allround gehen. Das ist nochmal ein anderer Modus. Das ist quasi dann auch fürs Mastering. Deshalb nutze ich es halt auch ganz gerne, weil er einfach umfangreicher ist. Man hat hier auch noch die Möglichkeit, nur die Mitten, das Mittensignal zu D-Essen oder auch die Seiten nur zu D-Essen oder das halt dementsprechend zu blenden. Also dementsprechend habt ihr hier deutlich mehr Möglichkeiten. Genauso wie auch Oversampling. Was dann sich lohnt, wenn ihr das auf dem, auf einer kompletten, auf dem kompletten Mix sozusagen anwendet. Denn da kann es manchmal dann zu Elysing kommen. Also so Störfrequenzen, Störsound. Und das könnt ihr damit so ein bisschen vermeiden mit Oversampling. Deshalb ist das mein Favorit. Ihr findet auch unten nochmal die Beschreibung zu den D-Essern, die ich jetzt hier benutzt habe. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen möchtet, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr das über diesen Link bestellt. Und ansonsten freue ich mich natürlich über Kommentare, Anregungen und Themenvorschläge. Und ja, falls ihr mir bisher noch nicht hier auf YouTube folgt, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr das jetzt macht. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke, dann wirst du wirklich über jedes meiner neuen Videos informiert. Und wenn du mehr Codes-Videos haben willst, also solche Tipps in Codes-Form, kannst du mir gerne auf Instagram folgen. Einfach add abmischen lernen. Der Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Falls du mit deinen Mixing-Ergebnissen noch nicht zufrieden bist, dann habe ich jetzt zwei Sachen. Zum einen ein Newsletter, wo du wöchentlich einen Tipp bekommst. Und am Anfang, wenn du dich anmeldest, direkt fünf mit ein, ja, auf einen Schlag sozusagen. Und dafür musst du dich einfach nur für diesen Newsletter anmelden. Kannst dich natürlich jederzeit wieder ganz problemlos abmelden, falls sich das nicht weiterbringt oder sonst irgendwas. Link findest du auch unten in der Beschreibung, auch hier im Video. Und wenn du allgemein so einen Kickstart haben willst, ja, du hast hier gerade jetzt auch wieder was gelernt in diesem Video. Aber du möchtest sofort wissen, wie man einen kompletten Song abmischt. Dann ist mein Mixing-Kurs definitiv genau das Richtige für dich. Denn da zeige ich in über vier Stunden, Stück für Stück, wirklich jedes Detail, wie man einen Song abmischt, ja, welche Plugins du benötigst. Und das schon mal als Disclaimer oder als, ja, Spoiler, wie auch immer. Du brauchst jetzt nicht die teuersten Plugins oder sonst was. Ich werde da viel mit Standard-Plugins mischen, die schon im Programm sind und werde dir dort wirklich alles verraten, wie du zu einem sehr guten Ergebnis kommen wirst. Du bekommst dort auch die gesamten Files von diesem Song, den ich da mische, so dass du das zu Hause bei dir auch gleichzeitig mitmischen kannst und dein Ergebnis dann auch nochmal mit dem von mir vergleichen kannst. Und wie gesagt, du siehst da wirklich jedes Detail. Also, falls das für dich interessant ist, findest du den Link auch nochmal in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, das ist interessant für dich. Ansonsten, ja, hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video, wo es den nächsten Tipp hier gibt. Und ja, ich freue mich drauf. Bis dahin. Ich bin Philipp von Appen-Schlein.de. Ciao.